Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sonic Adventures as Let's Plays zusammen mit Wollou. Und im letzten Part haben wir darüber gesprochen, dass ich eine Fotze bin und hey, dass ich Bilder von mir aufwäge. Wir haben gar keinen Namen für den Part überlegt. Das wird sich nachher wieder rechnen, das weiß ich. Der Part heißt Rickys Hater. Rickys Hater. Weiß ja nicht mal, ob das ein Hater war. Ist auch egal, jetzt neue Part, neue Geschichte. Neue Part, neue Geschichte. Geil, freut euch. Wusstet ihr eigentlich, dass ich auf der Mac bin? Da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir das nicht irgendwann in Parts behaupten, wo die Mac schon vorbei ist. Ja, das stimmt. Ne, die kommt bald. Vergiss das nicht. Ja, ja. Wann ist sie denn genau? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, das ist 3. und 4. Februar in Erfurt. Verrückt, oder? Kann man da auch ohne Cosplay hin? Man kann auch ohne Cosplay hin. Es ist eine Manga-Anime-Gaming-Mester, das heißt, dort wird alles vertreten sein. Und Krebs. Und Krebs. Soweit ich weiß, wird da sogar ein Mario-Kart-Turnier stattfinden. Es wird auch vom Pixel. Ja, sogar von jemandem, den du kennst. Und wieso bin ich da nicht eingeladen zu dem Mario-Kart-Turnier? Weil das Princess-Kart ist. Das ist nur für Frauen. Ah. Aha. Kann ich mal über die unfaire Situation reden, dass es einmal den Pixel-Cup gibt, der für Männer und Frauen ist, und dann gibt es noch ein extra Ding nur für Frauen? Da frage ich mich natürlich, wo ist denn der Cup nur für Männer? Ja, das ist eine Frage. Weil der andere ist ja auch schon für beide. Wieso brauchen denn die Frauen dann noch einen eigenen? Naja, auf jeden Fall. Wenn das mal einer erklären, dann ist er mit Gleichberechtigung irgendwo nichts mehr zu tun. Du kannst ja mal gucken, Volo, also wie gesagt, es tut mir übrigens auch leid, dass ich dich jedes Mal nervt habe. Ich denke, du kannst verstehen, dass du die Werbung machen musst. Ich bin natürlich auch dafür, ne? Du nervst mich nicht. Das ist mal witzig. Aber du könntest ja mal nachgucken, was vielleicht so die Programme sind. Vielleicht ist das ja etwas, was dich interessiert. Du kannst ja mal die Seite aufmachen. Tatsächlich weiß ich auch, dass der Nerdy auch auf der Mac ist, der moderiert da irgendwas. Und da habe ich mir noch so gedacht, den musst du umfällig von mir grüßen. Weißt du, wer auch da ist? Weißt du, wer auch da ist? Klai! 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 Let's Klai! Den grüßt du aber nicht von mir. Doch, den grüße ich auch. Der wird sogar kommen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja mit ihm noch ein Game-Event. Also er kommt auch und holt sich auch einen Crepe. Genauso wie Nerdy auch. Ja, das muss auch sein. Der Klai soll auch einen Crepe kriegen, damit der mal was wird. Ja, das muss auch mal was werden, der Klai. Oh, guck mal, da sehe ich hier direkt die Cardi-Cosplay. Direkt auf der Startseite. Die kennen wir ja auch. Ja. Mit der haben wir auch schon Mario Kart gespielt. Stimmt. Ja, ich bin noch ein bisschen schade. Dem haben wir auch Mario Kart gespielt. Ich finde schade, ist ich da nicht bei. Also ich stehe da glaube ich noch nicht drauf. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein Skandal. Eigentlich schon. Die wollen auch keine Karten verkaufen, oder? Nee, die wollen aber keine Karten verkaufen. Ich glaube nicht. Aber ich sehe schon geile Cosplay, ich werde schon heiß. Ich glaube wir müssen eine Pause machen. Kann schon nicht mehr. So, wo kann ich mir denn jetzt hier Cosplay regeln? Weißt du, der Rock darf nicht, muss, darf maximal drei Zentimeter sein. Nee, es geht aber um Wachen und so. Um bestimmte Gegenstände und sowas. Keine echten Lasergewehre mit drin. Keine echte Laserpistolen. Okay. Guck mal, hier auch bei den Partnern stehst du nicht bei... Da steht hier Cup-Noodles, steht da, aber da steht nicht Rikimania-Crebs. Ja, das weiß ich auch nicht. Eine Schwanzveranstaltung. So, jetzt, also wo finde ich... Ah, hier Programm. Nee, kann man gar nicht draufklicken. Auf Programm kann man nicht draufklicken. Auf Klicke jetzt Anreise auf Aussteller kann man, auf Programm kann man nicht draufklicken. Hm. Natürlich interessant, warum ich da nicht draufklicken. Gibt kein Programm. Ich verstehe nicht, wo ich gerade hin muss. Ich laufe jetzt mal irgendwas mit dem Kreis. Ah, das irritiert mich natürlich auch so, ne? Das ist natürlich eine Nächste draufstehe, ist natürlich auch ein bisschen schade. Das irritiert dich. Nachher kommst du da hin, du bist gar nicht eingeplant. Das fällt mir auch... Ah, nee, ich hatte ja mit denen schon gesprochen, so ist ja nicht so, weißt du? Das wäre ein Knaller. Das wäre verrückt. Oh ja, also, ja, Programm kann man nicht anklicken. Also, liebe Mac-C, da müsst ihr vielleicht mal nachbessern, weil so kann ich ja gar nicht rausfinden, ob es sich für mich lohnt, da hinzugehen, ne? Ja. Aber was macht denn jetzt Clay da? Ich hab schon wieder... Ich glaub, der macht Speedruns da so auf der Verbindung oder so. Ich hab's mir fast gedacht, ne? Der ist wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, Denzen macht da wieder so eine Speedrun-Show. Und wahrscheinlich Clay ist sogar dabei, oder so. Und Clay runnt... Was könnt ihr denn runnt? Wahrscheinlich Zelda oder was, Timmy, ne? Dann machst du halt so ein Clay-Spiel halt. Irgend so ein scheiß Clay-Spiel, ja, wahrscheinlich. Ja, viel Spaß, Clay. Viel Spaß, Denzen, viel Spaß, alle. Ja. Ja. Ich wünsch euch viel Spaß. Du könntest ja. Und natürlich alle... Boah, an dem Wochenende brauche ich ja gar nichts hochladen, ne? Ist ja eh keiner da. Sind ja alle auf der Mac. Ja, stehen alle bei mir am Crepe an. Gut zu wissen. Das wär schön, ne? Also, wenn da 2.000 Leute anstehen direkt. Alter, Rollo, ich hoffe, ich verdiene so viel Geld, ne? 2.000 Euro? Mehr. Mehr?! Also, ich rechne eigentlich mit mehr. Dann müsste ich das rechnen. Wie viel rechnest du denn? Mal so, was Interesse heißt. Also, das Doppelte müsste... Was wär denn gut? Das Doppelte wär schon gut. 4.000 wär gut. Ja, ja. Ich muss ja auch noch, ne? Das muss ja auch... Ich muss doch kurz den Rechner anschmeißen. Dann hab ich die Ware auf jeden Fall fest raus. Ich hab ja auch noch... Was kostet doch mal ein Crepe mit Nutella? 5. Das ist eigentlich peinlich, also das müsste... Ich mach's trotzdem mit dem Taschenrechner-Sicherheitshalber. 800. Guck mal, ich hätte auch jetzt irgendwas mit 2 gedacht. Also, 800 Crepes müsstest du dann verkaufen für 4.000 Euro. Ich denke, das krieg ich hin. Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, nicht so viel, oder? Ne, es ist auch nicht so viel. Wie viele Stunden bist du da am Tag? 10 Stunden. Also, du hast 20 Stunden Zeit. Ja. So, machen wir mal 800 durch... Aber die erste Stunde ist nie was los und die letzte auch nicht. Jetzt rechne mal nur 8 Stunden. Ah, aber du musst ja... Okay. 16 durch 800. Oh, das ist falsch rum. Das weiß ich immer nie, ne? Ja. Ich seh's halt immer nur am... Ergebnis. Ergebnis, dass es nicht sein kann. Also, 0,02 Crepes in der Stunde wird nur zu wenig sein. Du müsstest 50 Crepes pro Stunde dann verkaufen. Easy. Das ist easy? Das ist easy. 50 Crepes mache ich dir in 10 Minuten. Echt? Ja, easy. Okay, weil ich hätte... Ich hab jetzt nämlich gerade so überlegt, ob das nicht dann vielleicht auch knapp werden kann? Nee, du darfst ja nicht rechnen. Nee, du darfst ja nicht rechnen. Das weißt du ja nicht, wenn ich alleine bin. Und das sind ja auch die... Das ist ja theoretisch auch der günstigere Crepes. Es ist auch... Ja, das wissen die Leute vielleicht nicht. Das ist dem vielleicht auch egal. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ähm, aber du musst ja vergessen, das Problem ist ja... Was heißt das? Das Problem ist ja... Das einzige, was wirklich teuer ist, ist natürlich später meine Schwester, die mitkommt. Die kriegt natürlich auch ihren Lohn da bezahlt, ganz normal. Und halt die Ware. So, das ist natürlich mit somit das Teuerste. So, weißt du? Und ähm... Und ich hab natürlich auch noch investiert. Deswegen hoffe ich... Also wenn ich da 4.000 Euro... Dann hab ich ein bisschen was über. Kann davon alles bezahlen. Ich hab den Anhänger gekauft. Jetzt Materialien gekauft, um den Stadt noch zu reparieren und so weiter und so fort. Fertig zu machen. Wenn ich damit mindestens 4.000 Euro wegfahre, war es für mich ein Wochenende, wo ich sage, das war okay. Weil dann hab ich alle meine Unkosten wieder gerade. Und hab vielleicht 5.000, 600 Euro über. Ja, aber dann musst du auch bedenken, da hast du 5.000, 600 Euro über. Und du hast ja auch noch diesen Wagen, mit dem du den ja noch öfter benutzen kannst. Ja, genau, genau, genau. Aber das ist ja trotzdem eine Investition. Ja, deswegen... Das wäre ja das, wo ich sage, das wäre so das Mindeste, womit ich gerne rausgehen würde. Damit einfach die Sachen wieder bezahlt sind für mich, weißt du? Leute, ich sage... Ich sage, der Ricky geht da mindestens mit 6.000 raus. Ich bin gespannt, Wollo. Ihr werdet es nie erfahren. Nur Wollo wird es erfahren. Ich wollte gerade sagen, wir fahren wir es denn? Weil ich will es wissen. Du wirst es erfahren, auf jeden Fall. Oh, geil, Leute. Ihr nicht. Ihr nicht, ihr blöden Wichser. Nur ich. Und ich sage es euch nicht. Und dann machen wir es einfach nicht. Und ich bin ja gerade auch mit Christian am Sprechen. Vielleicht sehen wir uns ja auch hoffentlich auf der Polaris mit Crepe. Schon mal fest. Oh. Ja, warte mal lieber ab. Nachher floppt das so, dass du dir denkst, da willst du gar nicht hin. Ja, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil Essen läuft. Eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. Also, und wenn ich da, selbst wenn ich da, wie gesagt, 50 Crepes die Stunde, das müsste schon funktionieren. Also, das denk ich, kriegen wir hin. Bin gespannt. Ich hab Bock. Also, ich freu mich. Wie viele Leute sind denn, wie viele Leute erwartet man denn auf der Mac? Weiß man das? Also, ich glaube so zwischen 15, ich glaub 15.000. Also, nicht 15 Leute, sondern 15.000, glaub ich so. Sind zwei Hallen. Wir können von 15.000 Leute müssen 800 ein Crepes kaufen. Das ist eigentlich okay. Oder? Ja, gut. Du bräuchtest halt so ein paar Cornels, ne? Die halt sagen, komm, pack mal vier Crepes ein jetzt zum hier essen und dann kommen sie später nochmal vorbei und wollen nochmal vier Crepes für mitnehmen. Das klingt jetzt gemein, aber das ist bei dem Metier da gar nicht so abwegig dazu, an deinen Cornels zu kriegen. Ja, das habe ich jetzt auch mir so gedacht. Also, ja. Ich sag mal, so in der Weep sind natürlich alle eher so gebaut wie Son Goku und so. Das ist klar, aber es gibt dann ja auch ein paar Ausnahmen, die dann eher so wie Anjirobi sind. Und wenn ihr könnt, nehmt Bargeld mit. Ich muss nämlich für diese Scheißkarte immer was bezahlen, da hab ich keinen Bock drauf. Ich mach zwar Kartenzahlung, aber wenn geht, ne? Nimm Bar mit. Kuss. Nur Bares ist Wahres. Real-Life-Donations werden natürlich auch gern gesehen, wenn ihr da am Stand seid, ne? Und einen Holi übrig habt. Natürlich. Ne, hier Riggi, 10 Euro extra, weil du es bist. Ich würde jetzt einfach so machen, ich würde sagen, so, wer will einen Crepe umsonst, der bringt mir jetzt eine Pizza vorbei von dem und dem Stand. Was? Ja. 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 Na, ich krieg nen Crepe. Marco, ich bin ja... Schlecker Deal. Naja, ich krieg die Pizza und ich krieg nen Crepe. Find ich ja nicht guter die für mich. Ja, aber die Pizza ist ja wahrscheinlich teurer als dein Crepe. Ja, der Geld kriegt der ja wieder. Ach so. Ist ja nicht so, wie ich sage, ja, bezahl mir mal ne Pizza. Ach so. Damit du Crepe kriegst. Entachte ich jetzt. Nein, aber ich hoffe ja, dass ich nicht weg kann vom Stand. Das wäre das Beste, dass ich einfach 10 Stunden nicht pissen gehen kann. Uh. Das kann ich. Also das kann ich einhalten. So ist konnte ich das früher, als ich noch aktiv da drin war. Ja, aber du bist ja auch nicht alleine am Stand, ne? Ne, ne. Aber kann denn zur Not dann noch jemand anderes nen Crepe drehen, oder? Ja, ja, die können alle. Also meine Schwester ja sowieso, wir sind ja fest eingeplant und ihr Mann kommt ja mit, einfach nur, weil der hat nichts zu tun und der hat Bock. Und der ist quasi dafür da, wenn ich sage, ich brauche mal eben das oder bring mal den Müll weg oder ich muss mal eben auf Trette oder eine andere muss auf Trette. Also wir haben da einen da, der springen kann. Dafür ist ihr Mann da. Also all good. Alles. Hätte auch noch einen Job bekommen? Ja, du kannst nebenan sitzen und Autogramme geben, Wollo. Da habe ich ja nicht viel zu tun. Ne. Was? Das wäre ja ein entspanntes Ding. Ich wollte dir auch einen einfachen Job geben, Wollo. Da kann ich ja auch mal auf Toilette gehen. Da kannst du auch mal auf Tretter gehen, ja. Absolute gute Situation. Das wäre witzig, Alter. Wenn ich da so einen kleinen Stand nehme, mit Holographen. Das kommt keiner. Na gut, keiner würde nicht passieren, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz. Aber auch nicht so viele, dass man sagen würde, das hat sich jetzt gelohnt. Aber ich kriege die Zeit ja bezahlt, mit 8,50 Euro. Nix. Du könntest umsonst mit Crepe durchfressen, Wollo. Das wäre deine Bezahlung. Oh, dann sitze ich da ja keine einzige Sekunde, bin ja nur auf dem Pott unter Schmerzen schreien. Ne, ist ja laktosefrei, Wollo. Ne, ist ja laktosefrei, Wollo. Aber die Nutella nicht. Ja, dann bringst du die laktosefrei, ist Nutella mit Laktose? Ich habe doch keine Ahnung, aber ich denke mal, das ist doch so Schokolade, ist doch safe mit Milch, oder? Ich glaube, das ist mit Kakaomilch, oder? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber Kakaomilch hat keine Laktose. Computer? Ja, frag mal. Computer? Hat Nutella Kakao, äh Milch, stopp, Computer stopp. Computer stopp. Frag nach Laktose. Computer. Hat, ähm, Nutella Laktose. Ich habe folgendes gefunden, von pickyeaterblog.com. Nutella ist nicht laktosefrei und nicht für milchfreie Diäten geeignet. Ah. Habe mir gedacht. Verrückt. Das habe ich mir gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist Laktosefrei. Ich hätte gedacht, das sind einfach nur Nüsse und Schokolade, oder ne? Sonst nix. Nö. Einfach Schokolade, und was ist denn Schokolade? Nö. Kakao. Und Schokoladenbohnen. Warte. Scheiße. Tod. Ist denn Schokolade, Milch? Aber dass ich das überhaupt reinschreibe, ist schon peinlich, weil ich bin mir sicher, dass die Antwort ja ist. In schwarzer oder bitterer Schokolade beträgt der Kakaonteil auf 70% noch mehr. Milchschokolade hält gar 25% und zusätzliche Milch- oder Sahne-Pulver. Siehst du also nicht jede Schokolade? In der weißen Schokolade ist nur Kakaobutter und Zucker, aber keine Kakaomasser enthalten. Dafür aber Milchpulver. Also siehst du denn, Schokolade ist in der Regel auch... Ja, aber nicht normaler Schokolade. Hast du doch gerade gehört. Normale Schokolade ist für mich... Also normale Vollmilchschokolade. Vollmilchschokolade, Bruder! Ja, ist ja auch vollmilchschokolade. Ist ja auch zartbitter, meine ich ja auch. Jede von der guten Schokolade. Ja, weiß ich nicht, ob das... Ich esse ja generell keine Schokolade, aber das ist ja... Nee, ich freue mich schon. Ich will dich einfach nur ärgern, Bruder. Eigentlich... Nee, nee, ich verstehe das. Sehe ich auch so. Verstehe das? Verstehe das, Bruder, ich verstehe dich. Na gut. Immerhin einer. Aber, gibst du noch irgendwas, Bruder zu sagen? Das müsste ich auf jeden Fall noch mit anbieten an Krebs. Weil, aktuell ich mache. Zimtzucker natürlich Zucker. Apfelmus, Nutella, Kinderschokolade, Joghurette, Käse, Schinken, Salami und einfach nur aus dem Gag natürlich Banane. Weil... Also was geil wäre, aber das wollen die Wichser ja verbieten. Wenn dann demnächst das THC erlaubt ist, hätte ich gesagt, aber das wollen sie ja leider nicht erlauben. Hätte ich gesagt, bietest du einfach Edibles an Krebs. Edibles-Krebs? Mit THC drin. Halt. Das Hai-Wirst von deinem Krebs. Die würden dir weggehen wie nix. Wie warme Sammeln, Ricky. Aber das Problem ist, das wollen die sowieso verbieten. Ich glaube, das kannst du doch nicht machen. Das wird auch nicht erlaubt. Ja, aber generell... Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr eingeplant, aber ich glaube, ich darf darin auch kein Alkohol verkaufen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ist auch vernünftig. Naja, sonst hätte ich ja sowas mit Krebs mit Eierlikör gemacht und sowas. Oh Gott, was ist denn jetzt schon... Ich habe noch ein neues... Ey, wer das Mikrofon ist, abstirbt. Ne, bitte nicht. Ich habe jetzt erst ein Kabel ausgetaucht, weil ich dachte, das ist das Kabel. Aber anscheinend ist es vielleicht doch das Mikrofon. Wenn es mit dem neuen Kabel genau die gleichen Probleme hat, würde ich mal sagen. Ne, aber es ist schon wieder... Es ist ein Problem, was ich sonst immer hatte mit den Kabeln. Es ging nicht wieder eine Zeit lang, wo ich das neue Kabel gemacht habe. Ich habe irgendwie ein Kabel verschleißt. Das ist der Wahnsinn. Also mein Kabel ist an diesem Mikro, weiß ich nicht, seit vier Jahren dran. Und das andere davor hatte ich zehn Jahre dran, gefühlt. Amy, läufst du bitte mal ein bisschen. Das ist... Das funktioniert. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, ich habe immer so Probleme mit Kabeln und so. Ich verbrauche die so sehr, ist der Wahnsinn. Ach ja. Ne, ich habe auf jeden Fall Bock, dass das... Ich hoffe, das wird gut. Ich habe richtig... Ich freue mich auch drauf. Ich kann schon seit Tagen auch nicht schlafen. Ich mache mir auch mal Gedanken. Oh, was, wenn ich jetzt keine Ware kriege? Ich muss Pappen noch haben. Ich muss so eine Spüle haben. Ich muss einen Boiler haben. Weißt du? Das sind immer so Sachen, die mich wach halten, tatsächlich. Wach halten? Ja, wirklich. Weil ich mir Gedanken mache mit... Wie machst du das am besten? Aber ich habe jetzt für alles eine Lösung. Ich habe auch schon eine Spüle und ein Ding. Das leih ich mir erstmal von meinem Vater. Der hat noch ein Spül- und Boilersystem da. Das braucht er zwar das Wochenende darauf wieder, aber er leitet mir das dann quasi für mein Wochenende aus. Ich darf mir nur nicht kaputt gehen. Was? Muss ich da nicht drinnen bleiben irgendwie? Ne. Hm. Also mal gucken. Hallo? Ja. Ja, okay. Äh, so. Ich kann übrigens sagen, dass ich morgen... Ach, morgen kann ich gar nicht. Ach, guck mal. Ist egal, macht nichts. Ne, ein bisschen später. Weil ich muss morgen... Ist der 23., richtig? Ja. Ja. Morgen muss ich mein Auto ummelden und meinen Anhänger. Ach, guck. Deswegen bin ich morgen erstmal unterwegs, aber danach könnte ich dann wahrscheinlich... Ja, melde dich dann einfach und dann gucke ich mal, ne? Muss ich auch noch zum Ordnungsamt, muss ich auch noch. Hast du da wieder gemacht? Äh, gar nichts, aber ich muss tatsächlich, ähm, ich hab ja jetzt letztens mich umgemeldet endlich. Ja. Und ich muss ja auch das Gewerbe ummelden. Und, ähm, naja. Da gab's nur so schon so Problemchen, wo ich mir dachte, okay, angeblich ist das Gewerbe nie abgemeldet gewesen in Friedrichstadt und so. Aber ich hab's eindeutig abgemeldet und so. Und auch das Finanzamt Friedrichstadt wollte ja nie Geld von mir und so. Also irgendwie ganz weird. Also das Finanzamt in Nordsee Träne und so. Und dann wollte ich halt noch dazusätzlich natürlich mit eintragen lassen. Reisegewerbe nennt sich das Ganze. Ja. Dass du quasi, ne? Dass ich halt quasi unterwegs bin der Schauschüler und so, ne? Und das kann aber nur noch das Ordnungsamt. Und das Ordnungsamt in Friedrichstadt ist nicht besetzt. Schön. Demnach, äh, muss ich jetzt nochmal in eine andere Stadt fahren die Tage. Also morgen am besten noch oder so. Uns ummelden. Wie gesagt, morgen muss ich denn das Auto ummelden, äh, und, und. Bin überlebtes Kennzeichen behalte, tatsächlich. Weiß ich aber nicht. Und bei dem Anhänger halt auch noch, äh, Kennzeichen eigentlich ändern und so. Mal gucken. Weiß ich nicht. Du machst das schon. Ja. Ich hab da ein gutes Gefühl. Das wird. Ich sehe, du kümmerst dich. Das freut. Ich kümmer mich. Muss ich ja. Mach mich glücklich. Ja, muss man genau. Muss man ja. Ich muss ja heute zum Beispiel zur Apollo-Optik. Oh. Wegen der neuen Brille. Wegen der neuen, wegen neuer Brille. Und ich überlege schon, ob ich nicht hinfahre. Du musst da hin, Polo. Aber du musst. 17.30 Uhr. Ja, aber das Problem ist, jetzt halt ja, ne. Es ist ja heute so regnerisches Wetter und so. Und es wird nachher dunkel sein, wenn ich da hinfahre, logischerweise. Und wenn es dann noch regnet, dann sehe ich einfach nichts, Digga, beim Autofahren. Also wirklich, dann bin ich noch blinder als sowieso schon in der Nacht. Ja. Und ich werde mal gucken, wie das Wetter ist. Also wenn es regnet, wird es nicht gehen. Also es wird dann einfach physisch nicht gehen. Das ist leider das Problem. Weil ich, wir haben das nicht hier. Ich muss ne halbe Stunde fahren. Dahin. Kann der nicht flattig fahren oder so? Der müsste ja erstmal 45 Minuten hier hinfahren, um mich dann ne halbe Stunde dahin zu fahren, um mich dann wieder ne halbe Stunde zurückzufahren, um dann wieder 45 Minuten zu sich zu fahren. Ich denke, das macht der nicht. Ich hab so das Gefühl, da sagt er, ne, ne, will ich nicht. Liebt er seinen Bruder nicht? Genau, ne? Würde ich auch sagen. Das ist wenig Liebe, die ich da spüre. Ja, es ist wirklich wenig Liebe. Da kann man ja wohl mal machen. Ricky hätt's gemacht. Ich hätt's gemacht. Ricky, kannst du mich da nicht einfach heute Abend hinfahren? Nee, das schaffe ich nicht mehr, Wolo. Ich fahr jetzt. Wenn du jetzt losfährst. Du wirst aber jetzt auch losfahren direkt. Ich fahr ja auch länger. Das schaffen wir nicht mal. Ja, guck mal, das schaffen wir nicht mal so. Ich fahr ja jetzt länger aus Friedrichstadt. Ja, vier Stunden hast du gesagt, ne? Ja, ungefähr. Naja, wenn ich aus Hamburg zwei gebraucht hab, Wolo. Dann wärst du 16.14 Uhr hier. Ja, aber dann ist doch eine App-Tonne. 17.30 Uhr muss ich... Ja, das geht ja dann. Nee. Doch, das klappt. Rechne das... Also mach mal wirklich in Maps rein. Der App-Tonne ist auch gleich wieder voll. Das kannst du vergessen, Wolo. Ich komm da nicht durch. App-Tonne schließt immer mindestens eine Stunde. Äh... Ab Stottschere des Carriers. Guck ich mal nach. Vier Stunden 15. Schaffst du locker, Vicky. Schaffst du locker. Ja, Part jetzt vorbei. Du musst los. Sonst kommen wir zu spät. Okay, meine Lieben. Also ich muss jetzt ausmachen... Dann essen wir auch einen geilen Düren bei Divan. Das ist nämlich genau gegenüber. Okay, meine Lieben. Also ich muss jetzt losfahren, habt ihr gehört. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Und äh... Ciao. Tschüss.